Also Freunde, ich muss gerade sagen, ich bin echt etwas aufgebracht und erzürnt, wie man mir vielleicht anmerkt, denn ich habe gerade davon mitbekommen, dass der Herr Bohlen uns Rappern vorwirft, wir besäßen keine Maybachs, bitte was? Freunde, ich glaube, da ist es Zeit, dass der Boss einen Gönnjamin-Tag einlegt. Freunde, wenn ihr dafür seid, dass wir uns mal einen schönen Alpha-Maybach holen, dann schreibt es mir doch mal, dann müssen wir da mal, glaube ich, mal hier ein Statement setzen. Ne, also ich habe mir das jetzt echt nochmal durch den Kopf gehen lassen, wir müssen hier wirklich unsere Ehre verteidigen, wir als Rap-Community. Und deswegen werde ich jetzt das Format einführen, was hier mal ganz klar aufweist, wer hier die Eier anhat in diesem Business. Und zwar wird jetzt das Format eingeführt der Gönnjamin-Tage. Und zwar gönnen wir uns da gegenseitig und gönnen uns selbst, aber nur unter uns. Wir fangen an mit einem Gönnjamin-Tag für euch. Und das geht direkt morgen los. Und da picke ich mir einen raus von euch. Und mit dem verbringen wir einen schönen Gönnjamin-Tag. Und danach zeigen wir mal mit dem Bohlen, aus welchem finanziellen Holz wir geschnitzt sind.